Ich nehme hier so ein paar Bomben mit, eine G36 und eine Sniper zur Not. Und dann können wir auch gleichzeitig einmal den Container fahren. Oh, hier steht auch schon ein Auto. Oh nein, hier war schon jemand. Oh, perfekt, Leute. Hier können wir sogar noch ausrauben. Platzieren wir eine Bombe. Alle weg. So, das ist unser Gold hier. Hey, jetzt kommt er auch noch her und beklaut uns. Leute, macht den fertig. Der beklaut unser Gold. Niemand klaut unser Gold. Ich glaube, es hackt hier. Leute, perfekt. Niemand klaut unser Gold hier. Oh, ich glaube, da kommt Polizei. Ich glaube, da kommt Polizei, Leute. Wir müssen hier weg. Schnell weg, schnell weg. Komm, wir stellen uns hier eben hin. Oh, ist endlich ein Polizist, Leute. Den schaffen wir auch noch. Den schaffen wir auch noch, Leute. Der ist jetzt gerade hoch. Wir haben das doch gerade ausgeraubt. Bist du doof? Oh, 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 oh. Leute, der hat keine Chance. Erstmal ein paar Kekse hier. Damit ich die Chance gegen die habe. Gegen den kleinen. Der leuchtet weg. Hatte Angst. Ha. Den hat er noch abgekriegt. Er kommt, Leute. Macht euch bereit. Angriff. Er hat keine Chance. Da geht er in die Flucht. Bin jetzt bei der Bank, Leute. Kommt alle zur Bank her. Boom. Da ist der Erste. Zapfer YouTuber. Nita ist auch dabei. Perfekt. Oh, da kommt Polizei, Leute. Seid bewahrt. Seid geschützt. Der haut schon wieder ab, Leute. Der hat Schiss. Der hat richtig Schiss. Dann gehen wir jetzt in die Bank rein. Und jetzt natürlich schnell flüchten hier. Pass auf. Und ab geht's. Wow. cool. Cool. Die ganzen Goldbarren mitnehmen hier. So, Leute. Nehmt alles mit. Nehmt den ganzen Laden auseinander. Perfekt. Nehmt alles mit, Leute. Muss sich ja richtig lohnen hier. Nehmt alles mit. Da kommt schon Sirenen. Hör ich da schon. Komm, wir flüchten übers Dach, Leute. Leo hat da schon perfekt eine... Oh, da kommen schon Schüsse, Leute. Schnell abhauen, schnell abhauen, schnell abhauen. Schnell abhauen. Gucken wir mal, was direkt hier vom Dach los ist. Boah, hier ist ja direkt eine richtige Einsatzgruppe hingekommen. Sind aber alles... Alles Leute von uns hier oben. Da kommt einer. Ja, der hat's nicht weit geschafft. Oh, da kommt noch einer. Ja, halt die Tür offen. Halt die Tür offen. Oh, Leute. Ich muss schnell einen Keks essen. Ganz schnell Keks essen. Bin bei dir so... Oh, nein. Ja, Leute. Bin wieder verlassen. Okay. Ja. Jetzt bin ich auch gestorben. Das ist ja jetzt doof. Loco, wir sterben zusammen. Ja. Moin. Oh. So, ja. Toll, Leute. Möglichkeit wäre ja gewesen, dass wir uns vielleicht ausgelockt hätten. Jetzt habe ich schon wieder fett Minus gemacht. Schon wieder 10 KMise. Leute, das ist es nicht. Lasst uns zusammen irgendwas anderes starten. Nicht kriminell. Mach Police. Ja, dann machen wir jetzt Police, Leute. Komm, wir setzen jetzt alle... Wir haben jetzt alle Police Officer. Also alle zur Polizeistation. Zack, Leute. Bam. Gucken wir mal. Oh. So, bin ich denn noch kriminell? Oh, Leute. Ich bin doch kriminell. Weil ich nur gestorben bin. Das heißt, wir haben das Handygeld ja sogar behalten. Oh, nice. Perfekt. Hier kann man sich hinsetzen, Leute. So. Und erzählt uns hier... Der... Oh, nein. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Los, verteidigt mich. Verteidigt mich. Nein. Oh, nein. Wir werden wieder alle verhaftet. Leute, das war so eine dumme Idee. Ich bin euch ehrlich. Mit fünf Sternen in einem Dings zu chillen. In einer Polizeistation. Aber ich... Oh, ja. Okay. Okay, Leute. Flüchten. 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 Komm, flüchtet. Oh. Oh. Okay, Leute. Oh, Leute. Okay, Leute. Okay, Leute. Ah. Schnell. Verprügelt ihn. Los, verprügelt ihn. Ja. Okay. Komm weiter. Schnell. Oh, Leute. Raus hier. Ah. Ich fahre auch mit Plattenreifen weg. Das stört mich nicht. Wir flüchten, Leute. Schieß, Bibu. Schieß. Sie wollen mich festnehmen. Nein. Sie haben mich getasert. Ja. Der Eilus Tod. Der Eilus Tod hat den einen erledigt. Oh, nein. Der hat mich festgenommen. Ja, ja, ja. Ja. Ich bin frei. Ich bin frei, Leute. Boah. Schnell kickseißen. Schnell kickseißen. Wir sollten hier wieder aufs Dach, wenn die jetzt gleich wieder aufstehen. Genau, genau, genau. Ganz schnell aufs Dach. Äh, warte mal, warte. Oh, nein. Ganz vergessen. Einer von uns hätte mal kurz noch den Juwelier ausrauben können. Das stimmt. Aber. Aber ich habe auch gar keine MP5, fällt mir gerade auf. Ich habe nur die Sniper. Ich bin wirklich nur als kranineller Sniper unterwegs. Der geht auch schon wieder los. Äh, der steht wieder. Oh, Leute. Was ist hier los? Der rennt ja weg. Äh. Warte mal. Hau ich mich da hören? Hier unter uns ist der S.E.K. Hier ist S.E.K. Oh, nein. Bist du unten? Bist du unten? Ja, ich bin runtergefallen. Oh, nein. Ich schieße auf ihn. Ich habe ihn einmal getroffen. Hört mich durchs Auto. Hört mich durchs Auto. Schnell, schnell, schnell. Ich schieße. Ich schieße. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich schieße, ich schieße. Ich schieße. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Oh, was ist das schon wieder hier für ein Anfang? Das ist der Nächste. Der ist der Nächste. Ich habe ihn, ich habe ihn bis hier. Und. Ich muss nachladen, Dimo. Der ist schon erledigt. Ich komme hier runter vorsichtig. Der ist einfach im Moonwalk gerade. Ich habe den nächsten. Ich werfe den immer um, wenn der so steht. Das ist ja schon wieder viel zu einfach hier. Okay. Der steht auch schon dahin. Oder wird er gerade wieder? Oh, er wird wiederbelebt. Nein, Leute. Oh nein, was sieht hier los? Oh Gott. Der versteckt sich. Okay, vorsichtig. Es könnte jeden Moment Verstärkung hier sein. Hey, hier ist ein Undercover-Polizist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, oder? Doch, doch. Der hat einen Blitzer in der Hand gehabt. Aber können Undercover-Cops uns nicht festnehmen? Doch, auch. Das geht auch. Dann war der echt schlecht. Genau, der ist einfach mit seinem Blitzer rumgelaufen. Lass uns mal kurz im Dealer fahren, Bimo. So, ich kaufe mir schnell die MP5, Leute. Warte, dann bin ich auch wieder komplett einsatzbereit hier. Wollen wir einmal ganz schnell zur Bank fahren? Oh, wir haben keine Bomben geholt, oder? Hast du Bomben? Äh, nee, natürlich nicht. Warte mal, vielleicht ist hier eh jemand drin. Hier ist ja schon Blaulicht. Aber ich höre niemanden. So, wir gehen jetzt die Bank ausrauben. Ja! Naja, ohne Bombe können wir... Ohne Bombe können wir... Verdammt, sie ist sogar frei. Wir hätten sogar freie Fahrt. Gott, Leute, wir müssen mal kurz zurück. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Bimo hat gerade fette Bomben beim Dealer gekauft. Oder eine Kollegin, der will einfach mit. Der will uns hier das Gold klauen. Aber ist okay. Wir teilen natürlich, Bruder. Ja, das ist natürlich nicht okay. Reingehen und zünden! Oh, Leute! Okay, let's go, let's go, let's go. Schnell, schnell, schnell. Der macht uns auch direkt den Weg frei. Sehr gut. Vorsichtig, kann sein, dass jetzt hier in einem Moment auch Polizei kommen kann. Ja, natürlich, Leute. Ich höre auch schon, sie drehen. Ja, natürlich. Oh, oh, oh! Oh, nein, oh, nein, oh, nein, vorsichtig! Der hat einfach nur neun Millimeter, glaube ich. Oh! Oh! Mimo! Mehr Beute für uns. Das stimmt auch. Wir haben die Bombe bezahlt. Ich frage mir jetzt nicht sicher, ob das ein Polizist war. Ich auch nicht. Da ist aber ein Polizist! Feuer, Feuer, Feuer! Ja! Nee, nee, er läuft doch. Warte, 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 warte. Wie viele Folgen? Wo ist er hin? Ich komme hinterher, ich komme hinterher. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Oh, nein. Nicht erwischt, nicht erwischt. Lass uns hier warten, lass uns hier warten. Da draußen, da draußen. Da kommt jemand. Das ist bestimmt ein Undercover-Cop, Mann. Oh, nein, ich habe keine Kekse mehr. Ich auch nicht. Wir hätten auch eigentlich lieber über das Dach fliegen können. Ja, das stimmt. Stell, 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 stell. Rein hier. Oh, was war denn gerade mit deinem Reifen los? Oh, Bimo, irgendwann will ich Schaden zersersetzen von dir. Oh, fahr nicht, dass ihr uns tasert. Warte, ich schieße ihn jetzt ab einfach. So, dann jagen wir doch mal hier die Cops hier. Auf die Sirene, habe ich gehört, muss man schießen. Bei mir trifft er nicht. Öh, vorsichtig, hier ist noch einer mit einer Waffe, aber ich glaube, das ist kein Kopf, oder? Warte doch, vorsichtig, vielleicht schoen der jetzt so eine Brille auf. Oh. Der eine ist, glaube ich, erledigt worden. Ja, der eine ist erledigt. Wir versuchen mich hier zu überfahren. Was soll das? Hahaha. Okay. Na gut, dann steigen wir ein. Ja, komm, wir haben ab. Dann bin ich jetzt noch ganz schnell. Genau. Ui. Zu viel rumgeschossen hier. Bei der MP5 geht das so schnell. Zack. Okay. Komm, wir rauben den Juwelier aus. Oh, ich habe Polizisten reingehen sehen. Das ist unser, den werden wir jagen. Das ist auch einer. Die decken sich, oh nein, den ist schon wieder. Muss nachladen. Oh, der liegt schon. Der Undercover-Cop ist ja auch. Ist auch. Das ist der Undercover-Cop, den du da am Ende... Da hinten ist auch Polizist, vorsichtig. Ich habe ihn. Oh, Leute. Ist das wirklich ein Undercover-Polizist? Ich weiß nicht mehr. Jetzt bin ich... Ja, aber ich kann ihn auf jeden Fall treffen. Ich treffe ihn. Ja, ich auch. Okay, Leute, heftig. Wir sind hier schon wieder abgegangen. Das ging ja schon wieder ganz, ganz schnell. Hilfe. Oh, hier ist er, hier ist er. Oh, der ist Gott wert. Nein, ich wollte getragen sein. Komm raus, Spiegel. Komm raus. Er hat fast kein Leben mehr. Ich bin da. Er boxt ihn, er boxt ihn. Die hier. Ja. Ja. Leuchte. Oh, der Diamant, Leute. So. Das läuft ja schon wieder ganz gut hier eigentlich. Jetzt noch die Ohren hier und die Ketten mitnehmen, die Armbänder oder was das... Was ist das? Alles. Nimm die Rolle. Gold, Gold, Silber. Alles. Platin. Sirene, Sirene. Oh, oh, Leute. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, noch einer. Undercover. Positive. Hammer, 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 Hammer. Ich habe nur noch sechs Schuss, okay. Aber ich habe die Sniper noch. Okay. Ganz, ganz schnell. Oh, Polizist. Ja, ja. Bei mir. Ich gehe aufs Dach. Ich gehe aufs Dach. Von Sniper. Ich gehe wieder aufs... Äh. Oh. Okay, ich habe einen. Ich habe einen, Leute. Richtig gut, aber so wenig Polizei. Also, ja, ist ja nicht so wenig, aber... Ah, da ist Polizist. Kannst du uns verteidigen? Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Sehr schön. So, ich bin jetzt auch wieder aufs Dach, Leute. Und der andere wurde gerade wieder hochgeholt. Ich habe ja noch sechs. Ja, das hat sich erledigt. Sehr gut. Da hinten steht... Nee, der ist aber... Nee, ich glaube, der ist schon hinüber. Dann lass uns noch mal zum Bank fahren. Oder zum Polizeirevier. Warte, warte, warte. Der ist noch undercover. Oh. Ist SEK. Ich habe ihn einen Schuss gegeben. Oh, wo ist SEK? Er zieht auf mich. Vorsicht, da hinten. Da hinten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ich fasse mit einem Schuss. Pass auf. Er ist auch Sniper. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich sage ihn jetzt so weg. Oh, nein. Er hat mich. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, nein. Du bist da unten? Ich bin runtergefallen. Ja, aber hier ist gleich direkt ein Notarzt. Der kann mir gleich direkt hochhelfen. Der SEK-Typ, der steht ja noch. Ich dachte, ich habe ihn. Der steht da noch voll. Ich habe ihn. Ja, sehr gut. Von hinten. Und der Polizei steht wieder hier vorne. Ja, ich komme. Der SEK. Oha, der ist hier oben. Mir wird es hochgeholfen. Mir wird es schon hochgeholfen. Vorsicht, du musst dich abknallen. Den anderen auch. Der hält sich schon mit drei. Ja, sehr gut. Sehr gut. Leute, beide weggesniped. Mehr wollen sie dir nicht geben. Abhauen. Stell, 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 ich muss... Ja, ja. Ganz schnell Kontaktstelle. Ich brauche ein paar Szener X erstmal. So, und jetzt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, dann wollen wir einmal ganz schnell ein paar Kekse kaufen. Dann sind wir auch wieder voll. Kekse, zack, 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 zack. So viel Geld für Kekse, oh nein. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile habe ich so viel Geld für Kekse ausgegeben, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Und ich komme hier nicht über die 300.000. Wir sind hier eben spontan hergekommen. Da wollte gerade der Polizist, hat fast schon jemanden verhaftet. Aber wir haben einen Polizisten, wir nicht zu reden kommen. Oh, oh, oh. Ja, schnell mit unserem Auto ein bisschen weg. Aha. Okay, er steht wieder. Wollen wir abhauen, oder? Ja, erstmal ganz kurz. Ich brauche wieder Munition so ein bisschen. Ja, Munition wäre nicht schlecht. Lass uns mal eben so ein Dealer des Vertrauens besuchen. Okay, oh, oh. Hier sind wir hier. Ups. Ja, Leute, lass uns mal vorbeischauen. Hallo. Ist hier wer? Hände hoch. Oh, ich würde umgefallen. Nein, schnell. Oh Gott. Der Herr ist in sein Auto gestiegen. Ich habe gar keine Munition, mir gar nicht gut. Der Herr steht hier hinter. Der ist hier hinten. Ah, perfekt. So, ähm. Die perfekte Tankstelle eigentlich. Eigentlich schon, ja. So, sehr gut. So, schnell, Rainer. Ich hole mir noch ein paar Kekse. Aha, aha. Während der hier die Tankstelle auf... So, okay, dann fahren wir mal los. Wir können ja mal nochmal bei der Bank gleich gucken. So, Leute. Wir gucken kurz in der Bank, ob die vielleicht noch grün ist. Da vorne steht schon Polizei-Auto. Aber ich glaube, da lebt gar keiner mehr drin hier. So, Freunde. Die Bank ist grün. Das ist grün. Die Bombe kommt hier hin. Der, die, die Bombe wird gezündet. Und boom. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Habt das ganze Gold, Leute. Ich hätte keinen Kekse holen sollen. Ich habe gar keinen Kekse und ich habe nur noch halb der Energie. Ach doch, ich habe fünf Kekse. Perfekt. Ich muss auch noch ein paar essen lieber. Aber ich mache schon mal das Tor hier kaputt. Diesmal bin ich dran. Sehr gut, sehr gut. Aber die Leiter sitzt du lieber. Ja, genau. Mach ich. So, die beiden Bündel hier vorne nehme ich noch. Nimm mir auch ein bisschen Gold noch mit. Ich glaube, die Polizei ist eh gerade super beschäftigt. Ich glaube, die hat auch ganz schön Angst, gegen uns noch mal zu kämpfen. So, dann die Leiter hier hin. Aber ich höre schon Sirenen, oder? Leiter hier hin. Öh, das war nicht so ganz passend. Ich muss hier einmal drauf, glaube ich. So, öh, öh. Jo, ich stehe mich ja auch mal aus dem Weg. Oh, das sieht gut aus. Das muss ich mir merken. Ja, sehr gut, sehr gut. Hat geklappt. Ich gehe schon aufs Dach. Ich habe ein Auto, glaube ich, gehört. Ich habe die letzten Sachen noch genommen. So. Und flüchte jetzt nach oben. Hä, aber vorhin waren hier so viele Polizisten. Da, da an der Kammer ist die Karte. Ah, okay, okay, okay. Okay, der kommt bestimmt hoch. Hinter uns, hinter uns. Der hat sich beim Angestichten. Hö, der hat seine Chance aber nicht genutzt. Der war, der war, der war, der war aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey, hier kommt ein Auto. Hier kommt das nächste Auto. Ja, ich stehe hier und bewache unsere Leiter, dass diesmal keiner von hinten kommt. Ja, ja, ja. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Erledige die. Ich glaube, ich höre jemanden, die Leiter auch kommen. So. Ich schieße, ich schieße. Oh nein, der ist am springen. So, der ist in ein Auto gestiegen. Je, die sind schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Aber das macht, so macht das nur noch mehr Spaß. Das ist SCK. Oh, ah, ich sehe, ich sehe. Ja, jetzt, du hast ihn erwischt, du hast ihn erwischt. Er liegt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Der Rettungsdienst ist aus dem da. Hier kommt das nächste, hier kommt das nächste. Lüttai-Auto. Aber der Rettungsdienst hat hier richtig was zu tun wegen uns. Ja, genau. Ich habe ihn auch noch, ja, wir haben ihn. Der andere ist gerade abgehauen, der wurde wiederbelebt. Was machst du denn da? Leute, ich habe mir hier eine Verlängerung geholt, damit ich ein bisschen größer. Das ist eigentlich richtig stark. Musst du aber aufpassen, jetzt können die dich auch sehr gut... Ja, ich aber... Ach, Leute, die erwischen mich eh nicht. Oh, der SCK-Beamt ist auch wieder am Leben. Ja, ja, ja. Und wieder K.O. Ich bin hier unten im Auto. Ich steige ins Auto. Der SCK-Beamt ist auch wieder K.O. Oh, ich bin unterwegs. Kommst du, ähm, vorne beim Sonnenschirm runter, dann kann ich... Ja, 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 let's go, Leute. Jump und rein. Leute, wir sind hier gerade nur die Sachen abgehauen gewesen. Das ist schon wieder der Wahnsinn. Ich bin hier gestorben. Oh Mann, das ist der Wahnsinn. Zack, den haben wir auch. Ja, der wird uns doch bestimmt jetzt nicht mehr jagen. Hier steht schon wieder viel zu viele Polizisten. Nein, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren, das Auto ist kaputt. Nein, nein, unser Käpt'n liebt. Wir müssen alle töten, Bimo. Komm hier rein, komm hier rein. Okay, ab in die Bank, ab in die Bank. Jetzt hängen wir fest, wir hängen fest. Leute, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng, Leute. SEK, SEK. Ah, oh, 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 nein. Nein, ich glaub... Halt die Stellung, da kommt einer, da kommt einer. Ich probiere mein bestes Bimo. Aber ich glaube, ich hab's nicht getötet. Oh, echt? Ich glaub schon. Okay, einen hab ich. So, das läuft aber echt crazy. No, vorsichtig. Nein! Also hier ist echt gerade eine Menge los, Leute. Sie haben uns nach unserer großen Verbrechertour geschnappt. Wir haben aber auch echt Stress auf dem Server hier gemacht, ey. Oh Gott. Ich erschüsse. Da rettet jemand. Hier war ein Krimineller, aber hier sind eins, zwei, drei Polizisten stehen hier gerade. Nein, Leute. Wir waren auch schon der vierte, glaub ich, oder? Ja, ich glaube, das wird nix. Ich glaube, ich glaube, diesmal hängen wir fest. So, Leute, er hat mich jetzt netterweise freigelassen. Voll der korrekte Polizist. Ich und Bimo hauen gleich ab. Aber Grüße an Lilly auf jeden Fall, oder Bimo? Ja, auf jeden Fall. Grüße an Lilly. Ja, schön. Danke für deine Einsatzbereitschaft. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Tschüss.